Mittlerweile zweimal am Tag Döner und mittlerweile sagt sogar mein Döner-Mann, dass ich jetzt endlich was anderes essen soll. Er ist dreimal am Tag und heute ist der Spezialist der dann, ja? Und jetzt hat er mir so einen Döner-Teller mit Rahm-Soße gemacht. Ist ja einfach krass, hab ich ja noch nie so gegessen. Wow! Ey, ich bin ja gespannt. Döner-Teller, Rahm-Schnitzel. Mh. Mh. Da unten drunter versteckt sich noch Reis. Gehen wir jetzt sofort diesen Lach-Majuni?